Ja, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht und viel Mühe gegeben. Und zwar, Sie kennen das ja schon aus dem Gedächtnistraining vermutlich. Einige kennen das aus dem Gedächtnistraining. Wir haben das dann noch mal so ein bisschen umgestellt. Wir haben heute Sprichwörter verdreht und Ihre Aufgabe ist es, die richtig zu stellen. Das heißt, gut aufpassen. Aber für diejenigen, für die das vielleicht doch etwas schnell ist oder die ein bisschen überlegen müssen und eventuell sagen, ich will aber eine Lösung haben, für die hängen wir die Lösung an unser Video dran, sodass Sie dann noch mal nachgucken können. A, war ich richtig? Oder B, bei den Sprichwörtern, wo Sie vielleicht nicht drauf gekommen sind, gucken können, was wir gemeint haben. Ich fange einfach mal an. Guter Rat ist gesund. Lachen ist teuer. Eigener Herd ist das halbe Leben. Ordnung ist Goldes wert. Eigenlob geht durch den Magen. Liebe stinkt. So, Sie sehen jetzt, das war schon ein bisschen anspruchsvoll, wenn man das nur so hört. Ich meine, wir haben hier den Zettel hier. Für uns ist das einfacher. Aber wenn Sie gut aufgepasst haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass immer zwei Personen zusammengehören. Als kleiner Tipp für die nächsten Sprichwörter. Ich mache mal weiter. Viele Köche haben kurze Beine. Lügen verderben den Brei. Gebranntes Kind studiert nicht gern. Ein voller Bauch scheut das Feuer. Was du heute kannst besorgen? Das musst du auch auslöffeln. Das ist da drunter, ne? Wer sich die Suppe eingebrockt hat? Verschiebe nicht auf morgen. Zweck macht erfinderisch. Not heilig die Mittel. Wer zuletzt lacht, der rostet. Wer rastet, lacht am besten. Trautes Heim, alles gut. Ende gut, Glück allein. Gelegenheit muss fühlen. Diebe macht, wer nicht hören will. Also das war ja jetzt ein großes Durcheinander. Selbst wenn ich das nur höre, finde ich, dass das ein großes Durcheinander war. Ich glaube, das war recht anspruchsvoll. Wir hoffen aber, dass Sie sich trotzdem ein bisschen anstrengen und Lust haben, das zu lösen. Und wie gesagt, die Lösung, die ganze Lösung hängen wir ans Video dran, sodass Sie auch nachlesen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Raten und beim Rätseln und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.